So, mach weiter, wir gehen mal in die Schule, ins Gespräch gehen. Oh Gott, ich hab so viel Hausarbeiten. Ich hab dich im Auge, mach keinen Scheiß. Okay, aber mach keinen Scheiß, ja? Ich hab die Faxen dick von deinem Scheiß. Okay, aber diesmal kein Scheiß. Hab's doch gewusst, dass du Scheiß machst. South Park könnte ein paar Heldinnen gebrauchen. Die Bibliothek hat geschlossen und ich muss lernen. Klar, machen wir ein Selfie. Ja, klar, ich mach eh zehn Selfies täglich. Schick! Die Schule ist aus, was machst du noch hier? Komm, morgen wieder, ja? Okay, okay, okay. wood Insome, normal. Fall true, denn jetzt schon mal in 10 Jahren. Oh Gott, Sie müssen die Kultur ab. Okay, ich kann das nicht, was dich weg der Lara penny stehe. Ich rufe mag nicht. Denn das ist ja auch nicht. Wenn man die Nacht entsprT lens zit, aus, wieend ... ... ... Das war's für heute. Hi, du bist der Neue, richtig? Oh gut, danke fürs Kommen, nimm Platz. Mit mir als Vertrauenslehrer kannst du über alles reden, okay? Verstehe ich richtig, dass du über dein Geschlecht reden willst? Okay, also ich bin geschult in Geschlechtsfragen, okay? Du musst keine Angst haben. Okay, mein Kind, es ist wirklich einfach, wenn du über dein Geschlecht reden willst, dann, du fängst an, indem du sagst, naja, ich bin ein Junge oder ein Mädchen oder was anderes. Okay. Äh, sonstiges? Du meinst, dass du weder Junge noch Mädchen bist? Du glaubst also nicht, dass du ein Geschlecht hast? Okay, warte einen kleinen Moment, ich muss deine Eltern anrufen. Das dauert nicht lange. Äh, hallo, hier ist Mr. Mackie, der Schulpsychologe. Ja, hi, ähm, ich habe ihr Kind hier in meinem Büro und, äh, ihr Kind hat mir gerade erzählt, dass er, äh, ähm, dass es sich identifiziert als geschlechtsneutral. Oh, das wussten Sie? Okay. Also nein, gar nicht, es ist nur, ich glaube, dass jeder gedacht hatte, dass, dass es ein Junge ist, okay? Ja, nein, das, das ist super, das ist gut zu wissen. Ich glaube, ab jetzt kann ich wirklich vielleicht helfen. Vielleicht herzlichen Dank, okay? Wiederhören, okay? Okay, das ist mal eine Überraschung. Aber es ist gar nichts falsch daran, sich nicht männlich oder weiblich zu fühlen. Man kann das Geschlecht haben, das man will, okay? Selbst wenn es keins ist, das ist okay, total. Sei vorsichtig, okay, denn es gibt viele Leute, die dich nicht so akzeptieren werden, wie du bist und mit denen musst du fertig werden, okay? Also komm jederzeit wieder. Okay, das ist das, ich glaube, okay. Okay, das ist doch nichtcepcioniert. Oh, das ist doch nicht wichtig. Okay, ich glaube, das ist doch nicht so akzeptiert. Und ich glaube, dass du, dass du dich das bei dir hast, die haben sie Die Weihnachtsferien sind noch so... Schau, schau, schau! Das ist doch sowas geschlechtsneutrales! Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Lass uns dieses Ding ordentlich begrüßen! Ich prügele ich zum Hetero, so wie Harry damals, 94! Blitzfreak tischt los! Wie ein Blitz! Unsichtbare sterben nicht! Hiernach singst du dich nach Daddys Gürtel! Alles okay, Supercrack? Klar, mir geht's super! Hat was! Welch Wunder, Arsch! Ich brenne wieder Busch in der Bibel! Wenn du Amerika nicht liebst, kriegst du was auf deinen Sozialisten, Arsch! Bau keine Bruchlandung! Ein frischer Wind zieht auf! Genau, Drachenlaser! Die gibt's wirklich! Glückwunsch, Superfreunde! Na dann, Hals- und Beinbruch! Du willst ne Heilung? Hier! Da soll's er helfen! Ich hab drei meiner zehn Comics weggelegt, um das zu sehen! Hey, ja! Jetzt steht's fest! Euch zu verprügeln war echt ne gute Entscheidung! Kleiner Rückschlag! Bin ich schon am Zug? Okay! Sind wir fertig? Okay! Okay! Untertitelung des ZDF, 2020 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 South Park steht am moralischen Abgrund Unsere Katzen werden gestohlen, Häuser mit Klopapier geklopappt Okay, vielleicht ist jetzt noch nicht der jüngste Tag, aber wir brauchen einen Helden Ich frage jetzt mal ganz gerade heraus Siehst du dich selbst als einer von den Guten? Ich kann deine Verwirrung verstehen, aber für jeden von uns kommt irgendwann der Tag der Entscheidung Wirst du zu Jesus finden und den richtigen Weg wählen? Wirst du auf dem Mittelweg lavieren? Vom dritten Weg wollen wir gar nicht sprechen Ich hoffe, du bist Teil der Lösung, nicht des Problems Tu den ersten Schritt, mein Kind, betritt diese Meditationskammer Dort kannst du dich deinen schlimmsten Ängsten stellen Stell dich deinen Ängsten, neues Kind Stell dich deinen Ängsten Dein Dad hat deine Mom gefickt Hast du Angst im Dunkel? Vor Schlagen? Der Farbe Blau? Oh hey, ich bin in deiner Fantasie Nur ein netter katholischer Priester, der dich ein bisschen besser kennenlernen möchte Ja genau, ich bin auch voll in deiner Fantasie und werde dir gleich die Schultern massieren Hast du dir sowas jemals träumen lassen? Lass mich das Licht hier drin ein bisschen heller machen, damit wir dich auch sehen können Wer hier mag es wohl etwas ruppiger? Soll mir recht sein Ich bin auch für Geburtstagspartys zu buchen Ich habe Gottes Liebe hier, wer will sie spüren? Du bist eine Sünde wert Herrje Willst du nicht mit mir in den Himmel? Ja, er ist richtig auferstanden Schlag mich Oh, Gottes Liebe erfüllt mich Was? In Luft aufgelöst Oh, das mag ich Komm raus, wo immer du bist Ja, er ist richtig auferstanden Wer will mit mir Händchen halten und Kumbaya singen? Sei nicht schüchtern, es gibt keinen Grund dafür Ah, wir hatten gehofft, du wolltest büßen, Sünder Oh, Gottes Liebe erfüllt mich Gott verdammt, ich kann ein Kind keine zwei Minuten in einen dunklen Raum stecken, ohne dass ihr Wichser auftaucht Ihr kommt definitiv in die Hölle Und jetzt raus hier Die Spinnkönigin sagt was anderes Ich zieh mir zur Buße den Lümmel an Tja, nun, das tut mir jetzt wirklich furchtbar leid Weißt du was? Ein Rabbi hat mir mal dieses Macaroni-Bild geschenkt In Zeiten schwerer Prüfungen Nutze es, um den Propheten Moses anzurufen Viel Glück auf deiner spirituellen Reise, mein Kind Entschuldigung, ich habe gerne noch etwas gelootet Was ist denn das mit der Lüftung? Was ist denn das mit der Lüftung? Kann ich sie jetzt spielen mit der Königin? Was ist denn das mit der Lüftung? Oh, ihr habt gerne noch ein kleines Wetter dann Ja, das ist... Ja, da komme ich noch ein bisschen verstärkt. Zieh da dann. Erinnerst du morgen Freeman als Gott? Oh ja, ich erinnere. Erinnerst du, als Christen sich noch um Bedürftige scherten? Klar, ich erinnere. Hey, Wunderarsch, das machst du super. Sehr gute Charakterbogenarbeit. Ich habe eine super geheime Mission für dich. Geh zum neuen Tacoladen in der Hauptstraße und kauf mir ein Taco. Kuhnende. Was bist du denn? Geh schon durch. Sorry, ich mach nicht mit jedem Selfies. Ja. Ja. Ich bin recht wichtig. Ja. Das war's. Ich muss erst mal wieder herausbekommen. Da. Ich bin mal zurückgegangen. Dann sagt der Spaghetti-Fresser zum Polacken? Schlitzhaugen schön und gut, aber Nickerweiber haben größere Muschies. Erstmal wen fest. Verbrechen zahlt sich nicht aus, außer du bist ein Cop. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay, hör zu. Ein neuer Player mischt die hiesigen Syndikate auf. Ein echt übler Bursche. Ein Verbrecherlord, der den gesamten Drogenmarkt der Stadt kontrollieren will. Wir konnten ihn bis dahin verfolgen. Geh da rein und schalte ihn aus. Du gehst vor. Meine Männer kommen nach. Wenn du den Drogenbaron erledigst, kriegst du diese Nachwuchsdetektivmarke. Schick, was? Und jetzt los! Nimm dich vor finsteren Gestalten in Acht. Du weißt schon. Finster. Du weißt schon. Du weißt schon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was mit Y unteren kann ich ja noch nicht schnell... Hier Mietz Mietz, komm Mietzi! Das wird ein heißer Tanz! Nicht wirklich, ich tanze nicht, aber lass uns boxen! Zeig uns, was du drauf hast! Ja! Das gibt garantiert eine Narbe! Nehmt eure Medizin, Zwerge! Woher nimmst du diese Energie? Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wucht? Viertklässler versohlen? Geile Sache! Gegner am Boden! Ich bin dran! Omega Crash extra! Wow! Hättest du dir mal bei deinem Kostüm so viel Mühe gegeben? Alter, sei froh, dass ich hier bin! So sorgt man für Schmerz! Mal sehen wir zuletzt, Lach! Alter, verausgab ich dich! Ich bin jetzt dran! Lass dich da von deinem Freund massieren! Für Viertklässler seid ihr echt sehr erbrocken! Hast du dich grad eingeschissen? Euch platt zu machen, fällt unter Anti-Aggressionstherapie! Auf! Lach nur! Der Letzte, der das bei mir versucht hat, ist tot! Laser online! Für Kuhn and Friends! Super Craig, einsatzbereit! Pegaforbschlag! Beeindruckend für einen Physik-Normalo! Hau sie weg, Neuer! Du Arschgesicht! Bereit, Feinde in Machtgeschwindigkeit fertig zum... Machen! Das hab ich kaum gesehen! Das ist unser Beitrag zur Reduzierung der Klassenstärke! Ha! Ich schieb dir die Faust so tief in den Arsch, dass ich dir die Zähne putzen kann! Bereit zum Abflug? Heilung! Tack'em up! Also los! Mega-Faust, Pachiru! Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken! Die Bösen-Faust, Erzielen-Faust, Erzielen-Faust, Erzielen-Faust... Ah! Du weißt, dass der einzig wahre Superheld Jesus ist, oder? Ich habe einen Kater. Ich brauche ein Konterbier. South Park könnte ein paar Heldinnen gebrauchen. Und ohne plötzlich... Ihr Illuminaten solltet euch mal eine anständige Verkleidung zulegen. Du zerstörst hier gerade einen zarten Moment. Also, wenn dein Outfit mich aufmuntern soll, das ist... Willst du das Baby treten fühlen? Solange es noch geht. Wir haben neue Vorräte reinbekommen, trotz knapper Fördermittel. Eine sehr erwachsene Entscheidung. Falls das nicht funktioniert, kannst du immer noch die Treppe runterfallen. Beim nächsten Mal ja vielleicht auf dem Gündstuhl. Ich verurteile dich nicht. Jeder nach seiner Fasson. Nein, ich verurteile dich nicht. So geht es weiter, wenn du dich schlappst. Tut mir leid. Komm wieder, wenn du mehr Klassen auf deinem Superheldenbuckel hast. Erinnerst du Schneckenpost? Ja, ich erinnere. Ja, ich erinnere. Richtige Briefe. Unter uns. Bei den Bullen hier habe ich ein ungutes Gefühl. Bekommt ihr die Höhenluft nicht? Soll ich dir einen Therapeuten organisieren? Du scheinst mit deinem aktuellen Handyvertrag unzufrieden zu sein. Wie kann ich dich von unserem Freundes- und Familientarif überzeugen? Ich habe neues Zubehör. So schön groß. Ich setz dich auf unsere Mailing-Liste. Schau bald wieder rein. Ich liebe es Leuten, Zwei-Jahres-Verträge ohne SMS und... Unbegrenzter HD-Sound, Video-Voicemail, damit... Du bist mit Wendy befreundet? Dabei ist sie so ein kluges Mädchen. Ach so. In Ordnung. Da wird Wendy aber echt überrascht sein. Ich bin mit Brassila-Side, Feeling hope now, feeling high. Juhu! Du bist mit meinetreig. Okay, kann ich zurück an die Arbeit? Danke! Ist das kack fertig? Das weiss ich aber nicht, das ist bis später noch all die Röhren, muss man irgendwann suchen. Mr. Hanky ist wahrscheinlich dann. Oh, das brauche ich da hinten. Hey, das ist ja bereit. Ah, genau hier muss ich im ersten Teil das Gesicht von Asselhoff eröffnen. Nächstes Mal bringe ich meine eigenen Zeitschriften mit. Das habe ich mal gemacht, aber es kostet mir recht viel. Nächstes Mal bringe ich meine eigenen Zeitschriften mit. Juckt es hier drin, oder ist das nur mein Gesicht? Lässt du dir dein Gesicht richten, Cowboy? Schön für dich. Happy Halloween, Wunderarsch. Moment, ist überhaupt Halloween? Interesse an neuen Artikeln? Heute Morgen erst vom Laster gefallen. Schön, dass du Stance vor ihm bist. Er braucht ein gutes Vorbild. Nächstes Mal bringe ich meine eigenen Zeitschriften mit. Du wirst sehr glücklich damit sein. Okay, ciao. Das ist nicht hier. Das ist nicht hier. Ich bin Batman. Ich habe schnell schon mehr gezogen. Nächstes Mal bringe ich meine eigenen Zeitschriften. Jetzt ist plötzlich auf, weil ich etwas gekauft habe. Das habe ich mir gesucht. Wer stört den Fluss des Chaos? Es ist ein großer Fehler, sich mit K-Kunen-Friends anzulegen. Hau rein, Neuer! Das ist doch nicht fair! Beuge dich, Chaos, oder zahle den Preis! Ich bin nicht unsichtbar, meine Atome vibrieren nur so schnell, dass du mich nicht schießt. Wir sind wie die Heuschrecken! Auto! Auto! Runter von der Straße, ihr scheiß Belgier! Oh, geschafft! Ich bin drin! Okay! Noch ein Gegner am Boden, das ist noch vertretbar, oder? Jetzt wird's chaotisch! Okay, los geht's! Mega-Faust-Platt! K-Kunen-Friends, für immer! Los, wunder Arsch! Feind am Boden! Das Publikum wird toben! Das Publikum wird toben! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020